So, wir gucken uns erstmal ein bisschen um. So. Ja, ja, Temporalphysik macht nur Kopfschmerzen. Allerdings. Über Tempor- ähm... Das Schwierige ist, wenn man sich über Zeitreißen oder so unterhält, dass es mal maximal kompliziert. Komm ich hier rein? Ne. Ist gar nicht mal so einfach eigentlich. Ist ein sehr komplexes Thema. So. Oh, guck mal hier. Etoniumgas. Nehmen wir natürlich mit. Hallo, nehmen wir mit? Zack. So. Brauchen wir auf jeden Fall. So, ich zitiere nur Janeway. Weiß ich doch. War mir fast klar. So, mit Slamek sprechen. Es ist zu breit in hier. Ach ja, ein Remaner. Erzählt wird es für sich. Warum würdest du mich über mich interessieren? Niemand ist mir über mich. Ich bin nicht mehr interessiert. Ich habe mich mit dir mehr interessiert. Er ist wenigstens direkt. Das mag ich sehr. Hier können wir uns plombex zu beholen. Machen wir noch nicht. Ich will mich erst mal mit den Leuten hier unterhalten. Die Vormian-Familie wird sich nicht verletzten. Ich werde frei sein. Erzähl mir etwas über sich. Mein Name ist Obasek. Als erstes meine Leute serviert die Romulans. Jetzt haben wir neue Meister. Ich werde sie jetzt servieren, weil sie mich verletzten würden, meine Tod. Aber wenn die Zeit richtig ist, werden wir uns gegen unsere Oppressoren und sie zerstören. Wenn du frei sein würdest, seh für eine Möglichkeit. Die Tholians werden ihre Wege zeigen. Zudem genug. Sehr gut. Nein, würde ich nicht tun. Wie kann ich dir helfen? Erzähl es mir etwas über sich. Ich bin Valkel Sean, Kapitän der Belfast. Ich schaue Freitag für die Tholians. Basis-Supporten, meistens. Aber einmal in einem Moment brauchen sie mich, um Dilithium aus den Minden an Remus zu holen. Wir sind hier in der Nähe für ein paar Tage, um ein paar Verbraucher zu machen. Ich schaue zu nahe zu der Konos-Blast-Zone, auf meinem letzten Tag zurück. Und bin in ein paar Raiders. Die werden niemanden wieder verletzen. Aber sie verletzten halb meine Power-Konduitse und verletzten den Deflektor, bevor ich sie rauskriege. Wenn du etwas anderes brauchst, lasst mir das wissen. Sehr gut. So, mit Tanei sprechen. Ja. Das ist auch im Föderationshauptpartiet, findet man die. Mein Name ist Tanei, und für viele Jahre habe ich in Starfleet gearbeitet. Nachdem der Krieg verletzten, habe ich einen Bewegungsmöglichen, versucht, zu liberieren die Core Worlds. Wir verletzten. Wir konnten die Klingons aufbauen, aber nicht die Dominion und ihre Alliäise. Nachdem die Breen verletzten die Erde und die Dominion verletzten die Beta-Zone, weiterentwickelte Resistenz war illogisch. Gegen alle Gründe haben wir unseren Kampf weiterentwickelt, als unsere Resistenzsäle verletzten, eins von eins. Du kannst sagen, ich war einer der glücklichen Einen. Ich habe überlebt. Ich würde nicht sagen. Hast du noch etwas anderes? Da bleibt natürlich dann nicht mehr so viel, was man tun kann. Und vor allem, wenn eine Zelle nach der anderen aufgerieben wird, macht es auch ein bisschen schwierig. Bitte, Rugen, Skil sprechen. Erzähl nicht mal was über sich. Du hast nur gefragt, ob du politisch bist, nicht wahr? Ich finde die Eidl-Chatter so tödlich in diesen Tagen. Aber trotzdem, es ist ein Weg, um die Zeit zu passen. Mein Name ist Rugen Skyeil. Ich war früher ein Mitglied der Kardasien-Gewerbung. Bis ich hatte einen Konflikt mit einer Rival-Faktion. Die Politik in meinem Welt kann ziemlich kaltkartig sein. Jetzt bin ich hier. Es ist besser als die Exekutung, aber nur einfach. Die Essen hier ist schrecklich. Und die Firma ist schwer. Ah ja, das ist gut zu wissen. Eine weitere Frage? Nö. Ich bin jetzt erstmal durch. So. Da oben darf ich nicht hin. Wenn ich da mich hochlaufe, dann schießt mich der Roboter nämlich ab. Hallo, Morn. Der hat bestimmt... Ähm, für die, die Star Trek kennen, der Morn... Äh, die wissen jetzt, was hier jetzt kommt. Für die, die es nicht kennen, der Morn hat immer sehr, sehr viel zu erzählen. Der redet immer sehr viel. Das kann jetzt also ein paar Minuten dauern, bis wir fertig sind, weil der redet immer so viel. Erzählen Sie mir etwas über sich. Alles klar, wisst ihr Bescheid. So. Hallo, mein erster Offizier. Wie geht's dir denn? Hallo, erzählen Sie mir etwas über sich. Elisa Flores ist mein Name, aber die meisten Leute hier nennen mich schlicht Chief. Ich bin eine Arte eierlegende Wollmilchsau. Ich kümmere mich um Sicherheit, Schiffsreparaturen, Frachtverladung. Eben alles, was bezahlt wird und mich zum nächsten Raumhafen bringt. Sie kommen mir bekannt vor. Ja, ich habe sie schon gesehen. Sind Sie nicht der, der auf Drosana in dem Tongo-Spiel betrogen hat? Ich hörte, die nausikanischen Kumpels von dem Ferengi haben ihnen die Arme gebrochen. Wie lange waren sie außer Dienst? Ah ja. Also nicht nur, dass wir Fracht befördern, wir sind auch noch ein, äh, äh, leicht, äh, kriminell, sag ich mal. So, bevor ich mir die Suppe hole, möchte ich erstmal mich mit den Leuten hier noch gar unterhalten. Dass wir das alles mal haben, jetzt guck ich mal. Haben wir noch jemanden, mit dem wir reden können, bestimmt. Ah ja, die Tasche, ja, haben wir natürlich auch hier. Wir brauchen Ihre Hilfe. Erzähl mir doch erstmal was für sich. Was könnte man dir beitreten und mit dir, äh, zusammenspielen? Später nach der Mission, da die Mission Einzelspieler ist. Ähm, im Stream nicht. Offscreen ja, im Stream aber nicht. Bitte nicht böse sein. So, erzählen Sie mir etwas über sich. Mein Name ist Tasha Yar. Ich war Chef-Taktikler-Officer der USS Enterprise-D. In meiner Zeitlinie, wir kämpften eine Krieg gegen die Klingons, und ich war stolz, meine Part zu schützen, um die Federung zu schützen. Aber ich lernte, aber in der korrechten Zeitlinie, die Geschichte, wie es sollte sein, ich sterbe, eine wesentliche Tod. Ich akzeptierte die Risiken, wenn ich die Uniforme aufzunehmen, und ich habe mich nicht erinnert, was passiert. Aber wenn ich sterbe, ich wollte, etwas zu tun. Das ist, warum ich mich zurückgekommen, mit der Enterprise-C. Ich weiß, dass das viel zu akzeptieren ist, aber Sie müssen uns vertrauen. Sehr gut. Also, für die, die das Ganze nicht kennen, die war in der Star Trek-Serie TNG, war es der taktische Offizier der Enterprise, ist dann aber gestorben, und ist spät aber zurückgekehrt in eine alternativen Zeitlinie, und hat das dann herausgefunden, dass sie eben gestorben ist, mit einem wirklich sehr sinnlosen Tod, und ist dann in die Zeit zurückgereist, um der Enterprise Cedar zu helfen, eine Klingon-Außenposten vor den Romulanern zu retten. So, und da ist er praktisch dann in Gefangenen genommen worden, und, ja, dann ging das Ganze weiter. So, mit Nelan sprechen. Erzählen Sie mir etwas über sich. Mein Name ist Nelan. Ich bin ein Alorian. Einige Leute würde mich, äh, Wanderer nennen. Ich gehe von Platz zu Platz, listening to the Universe, to the people, und dann schaue ich dich in diesem Platz, und ich kann es nicht erklären, aber es ist falsch. Alles. Du sollst nicht hier sein. Niemand von uns sind. Was ist hier nicht richtig. Ich kann es nicht klar sehen. Ich weiß nur, dass etwas falsch ist. Die Frau da oben, hat sie eine Daughter? jemanden namens Sila. Ah, ich weiß, das ist wichtig. Aber es gibt viele andere Dinge. Ich bin sorry, es ist schwierig, zu Worten zu stellen. Was ich dir kann, ist, dass wenn jemand für deine Hilfe fragt, gib es. Das wird Dinge richtig machen. Was ist hier nicht richtig. Ich bin hier. Genau. L'Oriana merken das, nämlich wenn die Zeitlinie, ähm, die haben dann gespür dafür, wenn die Zeitlinie irgendwas nicht in Ordnung ist. Äh, wie in diesem Fall. Und, ähm, wie es gerade gesagt hat, die hier, die Tasha, habe ich ja gesagt, ist gefangen genommen worden, von den Romulanern. Wurde dann aber, ähm, einer der Offiziere, eine Mittler mit ihr, hat sie geheiratet, und aus dieser Beziehung ist, äh, ein Kind entstanden, die, äh, Sela, die später ein Admiral wurde, und die Menschheit hasst, und, äh, ja, gerne die Föderation zerstören würde. Die Treffen habe ich auch noch im Spiel, glaube ich. Tyrell. Hallo, unser Wissenschaftsoffizier. Kenne ich sie? Erzähl es mir etwas über sich. Mein Name ist Tyrell. Ich habe schon auf einigen Schiffen gearbeitet, aber Frachter benötigen keinen Wissenschaftsoffizier, was es schwierig macht, Jobs zu finden. Sie kennen nicht zufällig ein Schiff, das Leute sucht. Ich bin gerne bereit, hart zu arbeiten. Zur Not stelle ich mich auch in die Küche. Ich will nur raus aus diesem Arbeitslager. Das ist schon ein bisschen ein Klischee, aber, ähm, wobei ich sagen muss, vulkanisches Essen könnte bestimmt auch schmecken. Sie kommen mir bekannt vor. Das wurde mir schon oft gesagt. Scheint an meinem Gesicht zu liegen. Schön. Hallo. Weiter geht's. So. Wenn wir hier mit Befahrt sprechen. Aha, der Botschafter, den wir getötet haben, in der normalen Zeitlinie. Was wollen Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Bavat. Before the Tholians conquered the Empire, I was the leader of a great house. I sat on the high council and spoke for the Empire on more than a dozen worlds. None of that matters now. The past is nothing to a slave. Ich werde hier sterben. Ich werde hier sterben. In Service zu den Tholians. Just wie Sie. Das werden wir ja sehen. Das werden wir ja sehen. Nö, bin fertig. Hallo, Ghostbooster. Schönen guten Abend. So, haben wir alle... Ach ne, den Ferengi da haben wir noch. Mit Farag sprechen. Weiß ich nicht, was hast du denn? Ich bin Farag. Willen und Din ist mein Spiel. Zumindest war es. Zumindest war es. Bis die Reb-Header einen Stopp an irgendeinem Verhandlung, der ihnen nicht benötigt hat. Aber ich weiß, wie ein paar Dinge zu bekommen. Du schaust für Bonus-Replikator-Rationen? Vielleicht eine Bottle von authentischen Prä-Wars-Romulanäern. Wenn du etwas hast, was zu betrachten, dann habe ich mich zu tun. Hey, ich habe hier was zu tun. Wir brauchen deine Hilfe. Nahrungsmittel-Zusatz 47 der Menschen. Na toll. Ich habe dich hier nicht gesehen, Kapitän. Hallo, Castillo. Hast du eine Minute, um zu sprechen? Nimm mich Castillo. Ich habe nicht viel zu sagen, ich glaube. Ich bin Lieutenant J.G. Richard Castillo, Helm-Officer von der USS Enterprise-C, ein unbezüglicher Zeitraveller. Ich bin normalerweise der Helm-Officer, aber ich bin Senior-Officer jetzt, der Kapitän Garrett und der Rest der Senior-Staff sind weg. Wir müssen, was der Kapitän will. Wir müssen uns zurück, wo wir belong sind. Und wir müssen, was wir machen, zu tun. Ich weiß, das ist schwer zu akzeptieren, aber wir müssen nicht hier sein. Ich weiß, ich habe gefragt, um dich zu erzählen. Und ich weiß, ob ich das sagen soll, aber ich brauche deine Hilfe. Du solltest nicht hier sein. Keine von uns sind. Nicht in dieser Zeitlinie, ich meine. Mein船, meine Crew, wir müssen machen etwas wichtiges. Wir gingen durch eine Anomalyse, über die Zeit, und alles hat sich verändert. Wir versuchten, zurück zu gehen. Ich glaube, die Krieg mit den Klingons hat die Anomalyse verabschiedet. Insofern zu zurück, wo wir gehören, haben wir hier, mit Atholians, die alles vorhanden sind. Ich habe noch nie Atholians gesehen. Ihr müsst uns helfen, uns zu setzen, die Dinge richtig zu machen. Ihr müsst uns helfen, uns zu zurück zu unserem Land zu kommen. So, wovon reden Sie? Wer sind wir? Die Föderation im Klingon-Empire waren im Krieg. Die Föderation war ein Schmerz, aber schlecht. Wir versuchten, zurück zu stellen, um Dinge richtig zu machen. Aber dann haben wir uns die Klingons gefunden, und die Enterprise D. Und es gibt jemanden hier mit uns, von dieser Zeitlinie. Ihr Name ist Tasha. Ich nehme Sie zu her. Vielleicht kann sie das helfen, zu erklären. Die Romulana gekämpft, um den Klingon-Außenposten zu verteidigen. Und während des Kampfes wurde ein temporaler Riss erzeugt. Dadurch ist die Enterprise C in die Zukunft geraten. Dadurch hat sich aber die Zeitlinie verändert. Und sie kamen auf die Zeitlinie, wo die Enterprise D dann, sag ich mal, sie gefunden hat. Und sie hier, die Tasha, war dann auf der Enterprise D in dem Zusammenhang. Da ist sie nicht gestorben in der Zeitlinie. Ist dann mit der Enterprise C zurückgereist, in die Vergangenheit, um die Romulana aufzuhalten. Und durch den Kampf zwischen der Enterprise D und den Klingonen, die verhindern wollten, dass die Enterprise D zurückreist, beziehungsweise die Föderation vernichten wollte in dem Zusammenhang, sind sie dann hier gelandet. Um es mal so grob zusammenzufassen. Und darum sind die jetzt hier. So, mit Tasha Ja sprechen. Wir brauchen deine Hilfe. Was ist hier los? Ich bin von Starfleet, und wenn ich richtig bin, ist das ein Name, der mit euch auch mit einem Namen ringt. In einer alternativen Zeitlinie von dieser Zeitlinie, der korrekte eine. Starfleet ist noch immer wieder und gut, und du bist auch ein Starfleet-Officer. Wenn die Enterprise C umgekehrt in der Zeitlinie, hat sie eine alternativen Zeitlinie gegründet. Eine, in der ich lebend war, aber nicht hätte sein. Ich habe mit der Enterprise, um Dinge richtig zu setzen. Okay, sie erklärt das hier auch nochmal. Da muss man die Folge nicht angucken. Wen es interessiert, Star Trek, The Next Generation, die alte Enterprise oder Yesterdays Enterprise. We thought we were returning to the Narendra system in 2344 to defend the Klingon colony there from a Romulan attack. We ended up in this nebula in 2409. The Tholians caught us before we could try again, and you can guess the rest. We're going to try to restore the timeline, but to do so, we need the Enterprise C. It's still in the hangar here, and as soon as we get back to her, we'll find the temporal rift and get back to where and when we're supposed to be. To do that, we need your help. Ich bin dabei. Was kann ich tun? Franklin Drake is already helping us. He managed to get an access key, used to operate the systems in the hangar control room. We need you to get the code from Drake and use it to open the doors to the hangar control room. I'd go myself, but we've already been here a week. The Tholians know we're trying to get back to the ship. They're watching us, but you're new. They won't suspect you're involved. That's the idea at least. Of course it's not as simple as getting the code and opening the door. The Tholians have guards on all critical areas. You'll need to slip past the guards and get into the maintenance tunnels. From there, it's a winding maze to the hangar control room, which can only be unlocked from the inside. Once you get in, you'll be able to open the doors. We'll be waiting there to help you free the interface. Here, take this communicator. It's on a scrambled frequency, the Tholians don't monitor. And it'll allow me to contact you while you're on the move. Maybe you can convince someone to cause a distraction. That might make slipping past the guards into the tunnels easier. Find a minute to talk. This place is not what it's supposed to be. What do you want? You're looking for something. Nein, auch nicht. So, es war irgendeiner vorne beim... Ach nee, wir müssen erst mal... Ach nee, wir müssen erst mal vom Drake die Dingens holen. Sorry. Wir müssen erst mal vom Drake die Zugangscodes holen. Der Drake war am Eingang. Seit wann spielst du STO? Den Lauf hier seit ein paar Wochen. Ich hab ja schon vor ein paar Jahren mal angefangen. Also ich kenn die meisten Missionen schon. Nee, der Drake war da unten. Also ich hab's sehr, sehr weit gespielt. Aber der, die, ähm... Den Krieg mit den Iconian kenn ich noch nicht. Ab da hab ich aufgehört. Mit Franklin, der Drake sprechen. Hast du eine Frage? Ja, und Castillo sagten, sie hätten einen Schlüssel für mich. Geh es. Hier ist eine Karte. Du brauchst es in den Tunneln. Aber ich weiß noch nicht, warum ich mein Neck für das riskiere. Ich erwarte nicht mehr Hilfe von mir. Die Föderation schlug, bevor ich geboren wurde. Ich sollte es nicht mehr interessieren. Aber... Es ist etwas über Yarr und Castillo. Ich weiß, dass sie glauben, dass sie eine Unterschiede machen können. Das macht mich einer der Leute. Sehr gut. Danke, aber jetzt übernehme ich das Risiko. Ne. So, Mission. Jemanden von der Durchführung eines Ablenkungsminimums überzeugen. Wir fahrt überzeugen. Wakel Schaun überzeugen. Obisek, Rogan und Farrak überzeugen.